So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Immer noch während des Restlings gerade noch fix das Video gemacht mit dem Libiskus-Forschungstag. Befristete Forschung. Könnt ihr gerne mal eure Meinung runterschreiben, was ihr besser fandet. Die alten Forschungen oder die neuen, obwohl die neuen ja die alten sind. Ihr wisst schon, wie ihr es meint, wenn ihr lang genug spielt. Aber eigentlich war das nur Teil einer News, denn der Anfang der News ging um das Valentins-Event. Den Valentinstag, 23, rosane Pokémon. Guckt euch dieses superschöne Bild hier an. Mega, God of War, Kabu, Falla, alles rosa, alles Charme, alles Fete. Das sieht auf jeden Fall toll aus. Und was es da gibt in dem Event, möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich muss nur kurz mal atmen, weil ich bin schon wieder hierher geraten und verpasse alles. Liebe liegt in der Luft. Feiert den Valentinstag 23 mit Pokémon Go und nehmt an der begrenzten Forschung mit Libiskus teil. Also das ist ja der zweite Teil unten, aber wir kümmern uns um den Valentinstag. Trainer, seid ihr bereit für den Valentinstag? Wir haben etwas Tolles für euch. Mega God of War erscheint in Pokémon Go zum ersten Mal in Mega Raids. Mit etwas Glück könnt ihr schillernden Quabbel, unschillernden Kabufalla begegnen. Im Folgenden habt ihr weitere Informationen. Gerade war, wussten wir ja schon. Kabufalla, wussten wir auch. Aber auch beim Valentinstag wird es ein neues Shiny geben, nämlich Quabbel. Und Quabbel hat auch zwei Formen, das Blaue und das Rosane. Das Blaue gibt es ja eigentlich nur in der GBL. Wer da einen Hunderter hat, das ist richtig genial. Ich glaube, das war mal ein Schocker der Woche. Beim Shinox? In drei Jahren, jedes Jahr ein Hunderter Quabbel aus der GBL bekommen, war das, glaube ich. Das war auf jeden Fall fett. Valentinstag-Event. Von Mittwoch, dem 8. Februar, 10 Uhr, bis Dienstag, den 14. Februar, 20 Uhr, findet das Valentinstag-Event statt. Mega God of War hat seinen ersten Auftritt. Kann natürlich auch Shiny sein, wie alle Mega Raids. Alle Mega Raids, die wir bisher hatten, konnten beim Fang dann in ihrer schillernden Variante angetroffen werden. Haben eigentlich auch recht gute Chancen. Ich denke mal, das ist genau wie bei Legendären, so 1 zu 20 oder 25 oder irgendwas. 1 zu 25, sage ich lieber. Es wird exklusive Attacken geben. Gadevor, Galagladi. Entwickelt Kirlia zu Galagladi oder Gadevor, damit euer Pokémon die Ladeattacke Synchro-Lärm erlernt. Und Galagladi und Gadevor, denen ihr nach Raids begegnet, beherrschen ebenfalls die Attacke Synchro-Lärm. Das gleiche steht bei Galagladi auch noch. Also, warum sie da jetzt zwei Abschnitte gemacht haben, wenn es eh für beide gilt, egal. Synchro-Lärm, ich weiß gar nicht, wie gut die Attacke ist. Hier steht Trainerkämpfe, 80 Schaden. Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe, 80 Schaden. Aber ich glaube, damals, als auch C-Day war und es Synchro-Lärm gab, haben die meisten gesagt, dass die jetzt nicht so gut ist. Dass man die jetzt nicht unbedingt braucht. Ihr seid GBL-Meister. Ihr kennt euch aus. Braucht man die für GBL? Braucht man die für Raids? Braucht man die überhaupt? Wer sie verpasst hat und gerne sammelt, kann die aber auf jeden Fall mitnehmen. Event-Boni. Doppelter Sternstaub durch das Öffnen von Geschenken. Und während des Events aktivierte Log-Module halten zwei Stunden lang an. Log-Module, klingt auf jeden Fall gut. Normalerweise gehen die ja nur eine halbe Stunde, jetzt zwei Stunden. Passt. Doppelter Staub durchs Öffnen von Geschenken. Ich habe immer nicht auf dem Schirm, dass es Staub gibt aus Geschenken und jetzt den Doppelten. Aber hätten sie lieber Fangstaub gemacht. Das ganze Event über. Doppelt. Dreifach. Zehnfach. Das wäre richtig genial gewesen. Befristete Forschung, liebliche Wünsche. Euch erwartet eine verzweigte, befristete Forschung, bei der die Belohnung ganz nach euren Wünschen ausfällt. Es winken zusätzliche EP, zusätzliche Bonbons für das Fangen von Pokémon oder eine verlängerte Dauer des täglichen Abenteuerrauchs. Äh, Rauch würde ich nicht nehmen. EP brauche ich eigentlich auch nicht. Bonbons auch nicht. Hier ist auch kein Sternstaub dabei, weil den habt ihr ja aus Geschenken. Also ist eigentlich auch egal. Eure Auswahl bestimmt, welche Aufgaben ihr während des Events erfüllen müsst und welche Boni ihr bekommt. Und unabhängig davon, welche Entscheidung ihr trefft, können alle Trainer, die die Forschung abschließen, Items erhalten und Quabbel begegnen. Kann man sich da auch zwischen dem Quabbel entscheiden? Dann möchte ich gerne das Blaue. Weil das gefühlt seltener ist, meiner Meinung nach. Eine globale Valentins-Herausforderung, verfügbar von Dienstag, 7. Februar, 21 Uhr, MEZ bis Mittwoch, 15. Februar, 7 Uhr. Zur Feier des Valentinstags findet eine globale Herausforderung während des Events statt. Statt arbeitet mit anderen Trainern aus der ganzen Welt zusammen, indem ihr Geschenke an eure Freunde sendet. Wenn ihr genügend Geschenke verschickt, könnt ihr bis zum Ende des Events einen Bonus für alle Trainer freischalten. Bonus für die globale Herausforderung. Jetzt dachte ich, da kommt Stau. Aber nein. 3-fache Menge an Bonbons bis zum Ende des Events. Bonus für die globale Herausforderung. Doppelte Menge an XL-Bonbons für Trainer ab Level 31 und höher bis zum Ende des Events. Ziel der globalen Herausforderung. 100 Millionen Geschenke verschicken. Jeder kann 100 Stück pro Tag verschicken. Sollte also möglich sein. Neuer Formwandel. Neuer Formwandel verfügbar für Quaf Quaf. Für die Dauer des Valentinstags-Events könnt ihr die Zottelform eures Quaf Waf in die Herzchenschnitt-Form ändern. Quaf Waf mit Herzchenschnitt. So könnt ihr den Schnitt von Quaf Waf ändern. Ich weiß nicht, ob ihr schon alle Formen euch geholt habt. Die Herzchenform gibt es ja nur am Valentinstag. Also solltet ihr jetzt im Event wirklich machen. Die anderen könnt ihr ja theoretisch jederzeit machen. Die halt nicht. So könnt ihr den Schnitt ändern. Quaf Waf erscheint zuerst in Zottelform. Wait Quaf Waf in der Pokémon-Box aus. Tippt auf Formwandel. Dann kommt ihr in die Schnittauswahl. Dort wählt ihr den bevorzugten Schnitt. Und für 25 Bonbon und 10.000 Sternenstaub könnt ihr es dann umwandeln. Beziehungsweise frisieren in dem Sinne. Was kommt denn jetzt die hässliche Telegram-Meldung da immer zu? Auch im Valentinst-Event wird es natürlich wilde Pokémon geben. Außerdem begegnet ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Quabbel. Je nachdem, wo auf der Welt ihr euch befindet, trefft ihr auch Flabebe mit unterschiedlich gefärbten Blüten. Flabebe Rotblüder in Europa, Naha Osten und Afrika. Flabebe Blaublüder, Region Asien-Pazifik. Flabebe Gelbblüder, amerikanischer Kontinent. Gut, dass die noch nicht shiny da sind. Das würde wieder komplettes Chaos geben. Mit etwas Glück könnt ihr unabhängig von eurem Wohnort sogar einem Flabebe mit weißer und orangener Blüte begegnen. Wilde Pokémon, Nidoran, Nidoran. Einmal männlich, einmal weiblich. Eneko, Wolbit, Ilumise, Flecknoil, Quabbel. Aber das Rosane nur. Flabebe, Flabebe, Flabebe. Quaffwaff und Bubungus, der Pilz. Mit etwas Glück auch Schanera, Ordoch, Mammolita. Flabebe weiß, Flabebe orange. Ordoch wird natürlich wieder genial sein für die Staub-Fanadiker, weil es einfach so viel Bonus-Staub gibt und einfach heftig ist. Ansonsten, ja weiß ich nicht. Was ist das Ziel? Wahrscheinlich Quabbel als shiny zu handen. Sonst sehe ich hier keine extrem interessanten oder genialen Pokémon. Pokémon wird halt einfach nur ein gemütliches Event sein für Freunde, die Zeit der Liebe. Eier, vielleicht gibt es was in Eiern zu brünen für mich. Ich weiß nicht, was ihr für Ziele habt. Manche sagen ja, die Nidoran-Familien so sind auch gut in GBL. Würden sich da vielleicht noch was holen. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus sieben Kilometer-Eiern. Schlurp, Kusilla, Bonera, Quabbel, Quabbel und Mammolita. Hier ist jetzt das Blaue drin. Also wenn ihr das als shiny haben wollt, müsstet ihr vielleicht doch Eier brüten. Das rosane Wild. Das rosane aber auch in Eiern. Plus das Blaue. Braucht man auch wieder Freunde. Muss man auch wieder gucken. Ist auch wieder komplizierter. Geht auch wieder an die Materie. Raid-Kämpfe. Wenn sie da jetzt das Blaue reinpacken, dann weiß ich genau, was ich mache. Ist natürlich nicht drin. Raid-Kämpfe Stufe 1. Schanera, Schein-Nux, Quafwaf, Psyau. Wer doch kein shiny Psyau hat, kann sich vielleicht hier eins holen. Rest würde ich erstmal ignorieren. Raid-Kämpfe Stufe 3. Nidoqueen, Nidoking, Schlurp, Miltank, Galagladi. Würde ich eigentlich auch alles ignorieren. Holt euch Kabufalla im 5er Raid als shiny oder macht ein paar Mega Raids mit Mega God of War. Ich finde es schade, dass im 1er Raid nicht das Blaue Quabbel drin ist. Dann hätte ich vielleicht endlich mal ein Ziel gehabt, wie ich nicht legendäre Raids machen kann, um meine Champion-Medaille zu pushen. Und hätte eine shiny Hand auf das Blaue Quabbel gemacht, da ich keinen Bock habe Eier zu brüten. Da ihr da ja random irgendwas hingeworfen bekommt und dann nicht mal ein Quabbel drin ist und ihr Glück haben müsst, dass es ein Quabbel ist und das dann auch noch shiny sein muss. So hättet ihr gezielt raiden können, um das shiny zu kriegen. Haben sie hier wieder weggemacht. Finde ich schade. Wenn ihr mein Geld nehmen wollt, dann ja, aber macht es doch darüber. Feldforschungsaufgaben. Wie ich sehe, geht es aber auch anders. Eventbezogene Feldforschungsaufgaben werden verfügbar sein. Für den Abschluss gibt es folgende Pokémon. Pikachu ohne Kostüm, so wie es ausschaut. Evoli, Drassler, Libiskus, Hippopotas, Quabbel, Quabbel, Leuweo. Quabbel hier trotzdem jetzt in beiden Farben verfügbar. Also man muss nicht unbedingt Eier brüten. Man könnte auch Feldforschungen machen. Mit etwas Glück gibt es auch wieder Charnera, Pandir mit Herzmuster, Vadribie, Ordoch, Mammolita und Bubungus. Vadribie, weiblich, wäre noch kein Satz zum Entwickeln. Pandir, Herzmuster, ist ja auch relativ selten, weil es den immer nur da gibt. Ansonsten könnt ihr auch Ordoch-Feldforschungen machen für Staub und halt Quabbel in der blauen Version hier jagen. Es wird auch neue Avatar-Artikel und Sticker geben. Sieht man hier ein Quabbel-Oberteil und eine Quabbel-Brille, was halt hier blau und rosa gleichzeitig ist. Vor allem die Brille, ja, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Und dann kommt schon der begrenzte Feldforschungstag von Libiskus. Aber dazu haben wir das andere Video gemacht. Mein Ziel wird wahrscheinlich sein, die zwei Quabbel zu kriegen, was wieder sehr kompliziert wird. Aber muss man mal auf die Feldforschung und achten, vielleicht hat man da ja Glück, weil Eier brüten. Ich mache ja eigentlich meine Geschenke mal abends. Da habe ich keinen Eierplatz, da kann ich das nicht machen. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. Was sind eure Ziele? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Jetzt rüber Wrestling. Und gleich mal gucken, was der Typ hier die ganze Zeit schreibt, weil er schon wieder hier ausrastet und einen bedroht. Weg mit euch allen und sonst was und hin und her. Grüße an den Milo. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss.